Musik 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 Hallo Hallo Ben und Nina Von Pantham Arena Wir waren gerade auf der Kirmes Hier in Eindhoven Schön hinter uns Ja und Wir waren überaus erfolgreich Wie man sieht Die Pan-Videos Folgen jetzt wohl in den nächsten Tagen Hier bei uns Kanal abonnieren auf jeden Fall Jetzt folgen ein paar Impressionen Von der Kirmes Und habt viel Spaß dabei Herzlich willkommen zu unserem kleinen Rundgang Zum Park Hilaria 2015 Die Kirmes im Niederländischen Eindhoven Park Hilaria fand in diesem Jahr vom 31. Juni bis zum 9. August täglich Ab 14 Uhr statt Die Kirmes erstreckte sich über die ganze Candylan Die nicht weit von der Innenstadt entfernt liegt Die Straße erinnert eher an eine Allee Rechts und links Fanden die Besucher Die einzelnen Attraktionen Der grüne Mittelstreifen Diente als Fressmeile Mit allerhand Ess- und Tringständen Auch Biergärten und viele Sitzmöglichkeiten waren hier zu finden Durch diese für uns sinnvolle Aufteilung wurden die eigentlichen Attraktionen strikt von allem anderen getrennt Parkmöglichkeiten bot das angrenzende Studentenviertel zuhauf Hier konntet ihr in direkter Nähe zur Kirmes für 3 Euro parken Besonders an Park Hilaria ist wohl die eigene Kirmeszeite mit vielen Coupons die an allen Tagen nutzbar waren und den Geldbeutel schonten Aber auch im Ganzen waren die Attraktionen hier im Vergleich zu deutschen Volksfesten wesentlich günstiger Kommen wir nun zu den Attraktionen Anfangen möchten wir mit den etwas schnelleren Hier sind unter anderem folgende Fahrgeschäfte zu nennen Soundmaschinen Kauks Kauoks Kaukos 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 Heartbreaker. 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 Heartbreaker.